Reden wir mal über das richtige Heilfasten. Das geht eigentlich so am fünften Tag erst so richtig los. Wenn man so vier, fünf Tage fastet, dann hat man eigentlich die Benefits noch gar nicht bekommen. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit der ganzen Apoptose, also dem programmierten Zelltod. Das ist so vor allen Dingen in der ersten Woche oder auch in den ersten zwei Wochen ist das so das maßgebliche Geschehen. Dann ab dem fünften, sechsten Tag, dann geht es natürlich dann auch wirklich los, dann massiv dann auch Fettgewebe abzubauen, wo natürlich dann Giftstoffe hervortreten und so weiter.